Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Borderland 3 weiterhin mit Spawny, Spike und Cubby. Was ist das? Da hat gerade jemand eine Pumpstation zerstört. Weil ich habe solche Lauffrämme zwischendurch. Du musst da rüberjumpen oder? Jupp! Du sagst rüberjumpen und Spike sein Ding in Jupp! Da rennt schon einer. Mal rüber hier. Badass! Alter, was steckt der ein, ey? Jawohl, meine HEs. Ich habe diese Epic HE genommen. Die ist voll genial. Boah! Alter! Alter! Alter, jetzt war ganz, ey, das ist gerade ganz schön übel. Das ist nur ohne, ne? Ich verliere auch voll den Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach reinrotzen. Hier ist noch so ein H2O-Kack. Ich verstehe, da hat dann so ein H2O-Kack drinne. Na, hier erhöht eine Feuer- und Nahkampfgeschwindigkeit, während du in der Luft bist. Äh, wo müssen wir denn hin? Ach, da drüben. Also bei dem Geballere verliere ich echt die, die, äh, den Überblick. Die läuft auf einmal, ja. Oh, hier vor uns, Andi. Halt, den ignorieren wir, wa? Was denn? Mach mal den Typ wieder. Den nimm mal ruhig mit. Ah, gut. Auf die Kugeln schießen! So. What? Auf die jetzt weg. Normales MG. Hört. Hat sich da irgendwas verstellt? Rüber, rüber! Links. Links und rechts. Lass mein Geschutz in Ruhe!!! deeply Echhiehhh. ? Ob ich da drin… Kevin… Kevin… ach, komm… Holst du's? Ja. Ich bin mal dirty. — Jako, ja? Aber ich versuche grad, die Geschützer dauernd zu machen, dass C-iser pourtant ver Netflix. În кров… Der hat mich gewonhitted gerade. Jawohl, abgeschützt. Alter, irgendwas Böses schießt hier auf mich. Der ist auch down. Was ist das für ein Scheiß, dass man solche Lauf-Frams hat? Egal. Links, äh, rechts rum. Ja. Ich muss erstmal hier ein bisschen Heilung kaufen. Okay, das Schild ist gar nicht schlecht. Was ist das für ein Scheiß hier? Alter, kleiner Irrer. Finde uns. Na, Kami, das ist die Peitsche wieder ausgepackt für Papi. Komm her. Einer fehlt noch. Alter. Das werden immer mehr statt weniger. Ich muss dich suchen, du bist immer so ein kleiner Wurm. Das ist echt schwer, dich zu sehen. Und aus dem blindigen Sniper-Modus. Ja, ich will Blutspritzen sehen. Ich sag nur, man sieht nicht, man sieht nicht echt brutal schwer. Du wirst mal so, keine Ahnung, neon-grün sein müssen. Okay, jetzt lass mal da reingehen und Sauerstoff holen. Und dann bräuchte ich ein paar Heiß. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. So. Das bitte will für die Wurschen. Herzlich willkommen, Kunde. Immer wieder tausend Schuss auffällen. Ich lass mal hier alles sammeln. Leer. Schön. Oh, ich war gerade echt so gut. Komm her, komm her. Lass mir den Kill. An mich. Alter. Alter. Ich fühle mich von Schmerz. Komisch. Ja. Sie fertig. Was, 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 was? Jetzt eigentlich, wir müssen gegen die Alte kämpfen. Ich komme an die. Um, 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 down. Lass mir doch den Kill. Nicht. Haben wir alles down. Diskus, du bist zurück. Sauerstoff. An. Bedded. Versucht ja nicht mal den Kammerjäger umzubringen. Wie jämmerlich. Ich bin hier mal Junge. No, ne. Vor allem nochmal bedded. Okay. Alter, ich muss wirklich immer F drücken. dass man hier alles untersuchen für mich voll oberkrass mein Freund weiter so vier Waffengüsse schön Engel war was Neues Laserhaut mit der Sohle boah fettes Ding oh man eine neue Pistole man nice beißen mein ist besser oh hier unten ist ein gepanzerter Outlaw ja ja wie ist geil da ist noch einer oh der chillt auch ooooh 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 wir sind jetzt komplett wieder zurücklaufen oder? ja klar hier ist offen das ist halt ein MMO RPG Spiel ne MMO Spiel nicht RPG vielleicht noch was hier gibt's ne EPIC Granaten Mod ne? einfach nur RPG verspreche dir das klang in deinem Kopf besser habt ihr gehört? bei dem Typen hier na ich hab schon gesehen aber warm Jungen dauernd ihr den Scheiß kaum Schaden der macht bei dem Ding zu danke für die Luftunterstützung wir helfen danke für die Luftunterstützung wir helfen ja bitte bitte mein Team mein Teil fiegt da voll hinterher hast du das gesehen Andy? ja voll geil ey 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 Spike vorrätzt mich nicht wieder rum ey wir sind hier voll am fight und Spike verpisst dich er hat irgendwas gesichtet wo ist Spike überhaupt? hier oben auf den Rohren entelt da rum seine Nase hat wieder äh Gier errochen ach du Scheiße ach du Scheiße ach du Scheiße ich bin tot wir müssten ganz woanders hin wir müssen doch hier hoch oder nicht kacke da wollte ich so schön springen Leute wir müssen wir müssen wir müssen hier lang kommst du da lang hoch? ja da ist ein Weg oh lol jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt lol 180 Kröten hab ich dafür bezahlt also bald bist du aber nicht weg wir sind fast neben uns oh bei Kami vielleicht warst du gestorben alter da hab ich echt nen Sittich gemacht Hilfe Hilfe Scheiße lauf lauf warum sind ein paar Gegner hinter mir ist bei ja jetzt schieß doch ab Andy ist rauter ich hab nie Angst Punkt so hoch nach dem Ventil ne Andi ist nicht da ne Andi ist selbst beschäftigt mal gut dass ich gerade komme Andi was so ignorier ich Deine Gegner mehr da? nö oh toll hier was ist das boah leckscheiße wette ist bei mir boah tot der zwei ihr wolltet es so ha nach den letzten Losern solltet ihr diesmal härtere Bursche schreiten gute Idee Häschen schickt ihnen unsere gemeinsten härtesten Männer sie sollen Hackstaub aus dem Kammerjäger machen war schon dabei mein Liebling hör auf dem Feind taktische Tipps zu geben sorry bin etwas abgeschwiffelt oh lol im Sprung hab ich gekriegt hinter dir hinter dir hinter dir boah wer hat nie gekriegt gelaufen hola Alter ich finde hier so den Überblick das ist ja schrecklich das hatte ich gestern nicht boah schon wieder so ein Laser Typ oder was? Laser lolle wieder im Sprung da da nehmt raus aus meinem Schild wofür bezahle ich euch denn? schnappt euch diesen Kammerjäger ich wollte nur das Schild überhaupt gar nicht benutzen warum? dass es nix bringt ich hab wahrscheinlich noch nicht hoch genug geskillt jawohl Level 13 Leute wir waren doch vorhin erst hatten doch vorhin erst Level up das ging jetzt schneller ja na gut war natürlich jetzt auch mal Action ne viele Feinde Flugzeuge ja ich hole meine Drohnen zum Helfen oh brauche unbedingt Sauerstoff da hinten ist Sauerstoff ne das ist Wasser oh da kriege ich Schaden drunter ah hier hier ist ne Blubberblase oh 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 komm uuuuuhh weg da Schrot und ne Empi so wir wollen mal hier grad nen Skillpunkt setzen wieder Leute und wieder mehr Schaden auf Laserwaffen jawohl so weiter gehts wir müssen nach unten oder ja ne nach oben ok halt sein Tuch nach der Küste ähm schlechter hm das linke war nicht schlecht für mich ja ganz saam ganz saam bisschen weniger ja 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 konnte man bei dem Teil jetzt nur Waffen abgeben oder auch Skins ne Waffen Waffen was ist jetzt er dreht sich er schließt das ist das zu groß geworden das ist ein zu groß gewordener Panzer der Rüste ach wir machen jetzt erst dieses Zeug da rein ja das geht jetzt jetzt können wir es wieder pumpen jetzt können wir wieder zurücklaufen und äh den Lavasee trocknen wenn wir das Zeug nehmen Waffenkippe Waffenkippe Pistels auch neuer Besser auch voll viele Pisteln Waffenopfer waren ihre besten Männer nein wir haben noch mehr ah verstehe aber jetzt können wir doch abkürzen hier unten oder nicht Andy ja ah schön können wir doch abkürzen wir müssen ja können ja abkürzen diesmal brauchen wir gar nicht so weit laufen ja gut du musst halt abkürzen links ne oder ja gut lauft über die Rohre ja klar ich habe keine Luft ich auch nicht ist mir scheißegal guck mal wie langsam du leben verlierst ist sowas so kacke kacke egal aber reicht schon nicht gleich die Aude Aude komm hier noch so langsam finde ich das gar nicht das wird immer mehr es geht immer schneller weg scheiße ich war natürlich langsam und stetig bei mir auch als verd жизни ja verdammt die rungste sie ich hab doch gerade das zeige zu nützt ich komme ich komme ich komme nur lol was war das spike ich habe es geschafft zum glück nicht hier geht es mal für sauerstoff verkaufen der aspis speichert jetzt absorbierten elementarschaden er kann mehrere arten von elementarschaden speichern und teilt sie dann auch alle aus wenn der aspis geworfen wird wirfst du den astis so leute wir sagen wieder vielen dank fürs einschalten bei borderland 3 und wir hören uns in der nächsten folge wieder bis dann tschüss kurz pause